Hallo, verändert sich die Berufswelt rund um dich? Wird es immer herausfordernder, Mitarbeiterinnen zu führen und zu begeistern? Möchtest du dich als Führungskraft weiterentwickeln? Dafür haben wir das Business Exzellenzprogramm entwickelt. Warum? Weil es wichtig ist, Führung neu zu denken. Und dieses Programm begleitet dich dabei. Es ist wissenschaftlich fundiert, in der Praxis erprobt und eröffnet dir neue Führungswege. Das Business Exzellenzprogramm kombiniert Videobotschaften, Selbstreflexionen mit praktischen Übungen und umfasst die für deinen Führungserfolg wichtigen Themen. Worum geht es da konkret? Es geht um eine positive Kommunikation mit deinen Mitarbeiterinnen zur Entfaltung ihrer Stärken, damit ihr gemeinsam außergewöhnliche Erfolge feiert. Und denke daran, erfolgreiche Unternehmen ziehen erfolgsuchende Mitarbeiterinnen an. Was ist dabei wichtig? Den Mitarbeiterinnen Orientierung zu geben, den Sinn für ihre Arbeit zu stärken und gemeinsam Raum für Entwicklung zu schaffen. Wer profitiert vom Business Exzellenzprogramm? Führungskräfte, Projektleiterinnen und Mitarbeiterinnen auf ihrem Weg in die neuen Arbeitswelten. Ist du dazu bereit? Dann melde dich auf unserer Website an oder schreibe uns eine E-Mail auf welcomeathikingdays.com. Wir bei Hiking Days sind von Menschen begeistert, die selbstverantwortlich neue Wege gehen. Mein Name ist Robert Kaltenbrunner. Ich bin Theresa Veitz und wir freuen uns, dich auf deinem Weg zu begleiten. hops . Ah. . . . . . . . Vielen Dank.